So ne Chance kriegen wir nie wieder. Wenn einer von uns aufliegt, dann tauschen wir etwa zurück. Ich glaub, Tom hat wieder einer seiner Bomben gedroppt. Ich mach das. Wer will hierbleiben? Das ganze Wochenende. Christoph wartet auf Undine. Hier riecht's nach Kuchen. Bruder! Warum bist du hier? Ist nicht sicher für dich. Ich komm dich hol. In die richtige Freiheit. Weißt du, was mit dir passiert, wenn sie dich fangen? Du hattest Glück, Harriet. Weißt du, was mein Geheimnis ist? Ich bin nicht aus Zucker. Diese Leute, die sind nicht das Richtige für dich. Ich will tanzen und zwar mit dir. Let's go! Wir kriegen das hin, oder? Heute sagt mir, dass wir das schaffen. Denkt an eure Choreo! Scheiß auf die Choreo! Wer glaubt, unser Radium könnte Krebs heilen? Du hast die Welt verändert. Und hier stellt sich die Frage, ob es vorteilhaft für die Menschheit ist, die Geheimnisse der Natur zu kennen. Was wollen sie von mir? Dass sie lernen, wie ein schlimmer Tag wirklich aussieht. Und dass sie lernen, wie man sich entschuldigt. Klingt, als würden sie aufhaken. Ich bin hellwach. Alles, was ich tue, tue ich für euch. Einfach alles. Ich weiß, dass du gerade viel Stress hast, aber ich bekomme echt Angst. Es wird alles wieder gut. Sind Sie ein Prediger? Es werden Kabel angebracht, die Strom weiterleiten. Hat das schon mal vorher jemand gemacht? Nein. Es ist wie Trauberei! Es trägt den Namen Addison und ist somit auch noch attraktiv. Lassen Sie sich von ihm nicht provozieren. Wir werden jetzt gehen. Er wird dich nicht mehr gehen lassen. Was wird mich nicht mehr gehen lassen? Wenn du jetzt wegläufst, wird der Messick dafür sorgen, dass du auf den Knien zurückkriechst. Weil certificates verlieren können? still haben wir die